Flexibilität und Lösungen nach Kundenwunsch. Was in Zeiten der Staatsbahnen eher nach einer Utopie klang, ist inzwischen Realität geworden. Dank Bahnbetreibern wie ERS Railways. Wir sind als ERS ein Eisenbahnverkehrsunternehmen und intermodaler Operateur, der uns in dem Markt schon deutlich unterscheidet von anderen Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind. Wir sind das einzige Unternehmen mit europäischer Reichweite, das in Rotterdam seinen Hauptsitz hat. Mittlerweile haben wir uns zu einem Unternehmen entwickelt, das nicht nur maritime Verkehre abdeckt, sondern eben auch kontinentaleuropäische Verkehre. Und die Kombination aus einerseits sehr starkem Know-how im Seefrachtbereich, aber auch dem kontinentaleuropäischen Verkehr, zusammengenommen mit unserer Expertise in Terminals, die neu entwickelt werden, machen das Ganze schon ziemlich einzigartig, weil wir hier auch die Möglichkeit schaffen, Kunden neue Lösungen anzubieten, die sie vorher nicht gedacht hatten, dass sie so auf der Schiene tatsächlich realisierbar wären. We want to be the architect of a strong intermodal European network, ist einer unserer Kernsätze. Wir wollen der Architekt eines starken intermodalen und europäischen Netzwerkes sein. Für uns ist es wichtig, dass wir die Hauptindustrie-Regionen in Europa mit intermodalen Verkehr verbinden. Wir wollen ein integraler Bestandteil sein von europäischen Supply Chains für unsere Kunden, wo eben die Schiene eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen kann. Das bedeutet, wir müssen uns permanent danach umschauen, wo sind die wichtigen Regionen, wo können wir entsprechend aktiv werden. Für uns ist wichtig, was die Kunden benötigen und darauf richten wir uns aus. Wir sorgen dafür mit unseren Partnern im Bereich Terminals, aber auch im Bereich Eisenbahntraktion, dass wir hier zuverlässige Produkte laufen haben, die mit einer hohen Pünktlichkeit und auch in Zuverlässigkeit funktionieren. Unser Slogan ist Customer-Driven Rail Solutions. Somit müssen unsere Kunden sagen, was sie möchten und unsere potenziellen Kunden genauso sagen, was sie möchten, damit wir hier entsprechend nach Lösungen suchen können.